Wie kam es auf den Namen Itzu? Äh, Name kommt mehr oder weniger daher, dass ich früher super gerne den Namen Itzmi benutzt hab. Allerdings war der bei vielen beliebt, das heißt bei jedem Spiel war der schon vergeben. Dann hab ich irgendwann Itzyu und damals in meiner Jugend war es noch so richtig cool, wenn man das Wort Yu einfach mit dem U abgekürzt hat. Also ihr wisst doch, die Wörter die eh schon kürzen, da gibt's immer die besten Abkürzungen dafür, so wie anstatt okay zu schreiben, schreibst du nur K und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Von daher, ja, hab ich dann halt irgendwann einfach anstatt Itzyu auszuschreiben einfach nur noch Itzyu. Und weil wir als Deutsche sehr, sehr beschissen Englisch können, ist halt eben daraus Itzyu geworden, anstatt Itzyu.